Anion Und damit guten Tag und hallo und so Servus grüzi Wie hao, was auch immer zu einer weiteren Folge G&T Zusammen mit Ich blende mal eben noch was aus Mit Wiggy, Shiri, Sepp, Devil, Markus, Jiggle, Wiggle, Frigo, Dani, Daylo und mit dem Joschkontakt Schiri, komm doch bitte nochmal kurz zurück Komm doch bitte nochmal kurz her Möchtest du Dinge tun? Oh, ja, natürlich Ja, natürlich Aua, jemand hat Random Damage auf mich gewirkt Du kennst nichts Oh, dann Lightshow Ich hab einen Stuhl für dich Jeder weiß, dass wir eine Lightshow machen Hier in die Treppe rauf In die Treppe rauf Hallo Devil Oh, warum liegt denn hier ein Stuhl? Oh, was ist das? Warum liegt denn hier ein Stuhl? Und damit, also ich meine jetzt nicht Warum liegt hier ein Stuhl Warum liegt hier eigentlich ein Stuhl rum? Keine Ahnung, warum hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh Ich hab mal den Stuhl ein bisschen weg geschossen Wenn du mit einem Stuhl rumläufst Machst du da einen Stuhlgang? Oh Gott Nein Meine Fresse ist das Niveau wieder tief unten Ich möchte, dass Joschi nicht mehr mitspielt da Warum schießt du das? Oh, irgendwas ist unser Stuhl Ich hab's genau gesehen, ich hab's genau gesehen Da sind zwei gestorben Sepp Hallo Hallo Ich hab leider kein DFI im Shop Ah, ich bin zu schnell für diese Welt Das Friodas Xie Ich bin der Stylo Das Schiri Guck mal Sepp, ich zeig dir wie das geht Guck mal Dann machst du so Ich glaub, du bist ein Traitor Dann Aha, kein Fallschaden Au Ich hab'n Leuchter auf'n Kopf bekommen Au Ich hab' jetzt sämtliche Kopfschmerzen Hat jemand ne Rasperin Sämtliche Kopfschmerzen Irgendwas gegengelaufen Wir bleiben natürlich weiterhin bei drei Traitern Da ist ein Leuchter auf'n Boden Ob das schon mal jemand bemerkt hat? Ich weiß nicht Das sind glaube ich zwei Ich weiß noch nicht warum Das sind einfach ohne gefallen Da ist ne Leiche Scheiße Scheiße In meinem Teller, da ist ne Eiche. Danke, darauf wollte ich hinaus. Ich find's nicht gewesen, aber... Wir müssen den Mörder finden. Dings ist wirklich, das heißt sie ist Traitor. Ich denk dauerhaft. Nein, das funktioniert nur bei dir, Schiri. Schiri, willst du nicht singen? Nein. Ja, es wird wirklich auf meinen Fuß geschlossen. Der ist rausgerannt. Oh, was ist das denn? Das kenn ich auch gar nicht. Ich glaub das war früher. Lass mich mal alleine. Aber der ist da, der ist durch das Fenster und ich bin da nicht grad durchgekommen. Dalo, was bist du? Ich, ähm, ich bin, ähm, Traitor. Okay, Dalo ist Traitor. Oh, ist das ein Predektor? Predektor? Na, war das im Shop? Äh, ja, also... Im Shop, Finn. Naja. Warte, da muss ich kurz mal nachschauen, ich kenn die ganze Sache nicht. Warte, da muss ich sie jetzt anschauen. Hatten die mich grad abgeworfen? Na, Dalo? Na, Dalo? Na? Ah, fuck. Hihihi. Na, ich hab wieder den Newton-Launch. Ah, Schiri. Wau! Nein! Du kennst die Regeln. Ah, Daniel, du hast gerade umgebracht. 150 bist du tot. Niemanden! Okay, warte. Wie viel hast du noch? 97. Äh, 87... 85. Ach, nein, doch nicht den Piraten! Wie konntest du jemanden... Ah! Okay, ich hör jetzt auf, weil, ähm... Ja, es ist... Hm... Weiß nicht, irgendwie... Ich muss dich mal kurz, mein Freund, bleib mal kurz da liegen. Ach, revist du jetzt jemanden? Nein, du... Das kann ich gut gebrauchen, auf der Falle, der Stopp. Ich sehe das... Ja. So. Ah! Oh, ich hab keinen Punkt mehr. Ich hör'n scharf. Ah! Das tut gut! Ich hab' was gefunden! Ah! So. Habt ihr wirklich alle schon umgebracht? Das ist ja schon wirklich sad. Oh Gott! So! So, wo seid ihr denn? Es ist ne Frage. Es ist ne gute Frage. Wer? Ja. Wer ist... Nein! Nein, ich hab' Albträume von dem Schaf. Nein, ich hab' Albträume von dem Schaf. Warte, wo ist das Schaf? Oh, ich hab' so Angst. Das heißen ja, ihr Leute. Ist der Ende Schluss, wir heulen. Kinder, Kinder, singt doch weiter rauf und runter, die Tonleiter. Alter! Wer hat uns... trasthut Cabinet. Was der Tag. Ach' was passiert? Wahhh! Was ist der Hé?! Och, Mann hört doch auf zu lügen! Es ist nicht nett! Rigo wüsst. Hab' dich eigentlich schon die ganze Zeit gesucht, aber ich hab' dich nie gewunden. Brio? Scheiße! Ich hab's gedacht! Ich hab den Mundi! Alter! Ich dachte, ich dachte, der Spy wird schon irgendwo tot liegen, weil alle schon so verbrüdert rumlaufen und sowas. Ah, komm, ein Goldengeschuss hast du den ersten, den du siehst. Ist natürlich der Spy. Boah, war das frustrierend. Das ist nicht der scheiß Ernst, das hast du nicht gemacht. Ja, natürlich, weil keiner von euch mit mir geredet hat, außer, oh, mein Schafen, streichst alle, das ist toll. Ich hab mit niemandem geredet, ich hab... Deswegen hast du auch Minus noch den Score. Du hast die ganze Zeit über den T-Shop geredet. Ja, okay, wie gesagt, kann Bug gewesen sein. Ich hab's sogar überlegt, ob ich ihm sagen soll, was ich sagen soll. Sepp, bitte, bin ich gemütet. Jassi, 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 haben die ganze Zeit Minus-L acho gesucht. Jassi, wir sind recht gesucht. Jassi! Aber warum hast du meine Leiche gesucht? He- weil ich dich wiederbeleben wollte! Oh, der Marker hat direkt gekillt worden! Das ist L sensing. Aber ich hab dich nicht gefunden! Das ist traurig. Ja? Hier liegt die Leiche, ja? Jassi... Na, ist gut für uns, wenn der Marker totet. Ja, da liegt Strom. Ja, wir hatten doch Spawnkill auch gem greet, das wenn man gegeneinander steht und einen blockiert. Außamt gesprochen! Hallo, Chiri. Na? Aber jetzt? Hapscht, Psch! Was ist das? I need a good weapon. Aha, Munition. Nice. Ähm, wenn ich denn hier noch so... Is lag bei mir. Oh Gott, ich muss is lag. Mir ist grad fetten Schaf in die Klasse geflogen, danke. Geil. Warte, wie war das? Du hast ein Trauma von Schaf? Jens. Delo is it. Nein. Na, war aus, du magst, ey. Hi. Guten Tag. What? Ist alles gut bei dir? Du hast grade gestorben. Warum? Warum? Ich frage, du läufst die ganze Zeit seit hin und her. Ja, weil mir das leckst ein bisschen, hab ich doch grade schon gesagt. Ja, aber so krank? Also ich bin grade dreimal gegen die Bank gelaufen, weil ich nicht durch eine Tür gekommen bin, also ich meine... Okay, ich versteh schon. I understand. Du bist was cooles? Ich... Hunter. Oh, du bist Hunter? Du hast mich gefragt, oder? Ja, scheiß Stuhl. Was? Nicht du. Du bist nicht... du bist nicht der Stuhl. Ach stimmt, der kann ja so hoch springen. Hier. Da. Wo bist du? Moment. Nein. What the fuck? Ähm. Warum? Self-Defense. Just saying. What the fuck? Was bist du, Zack? Ich hatte die Harpune. Ich bin Hunter. Hab ich doch schon gesagt. Ach so. Aber du hast nen T gekillt. Ja. Oder nen Spy. Hat mich angeschossen. Ne, ist n T. Ich hab zurückgeschossen. Da. Ist n T. Sind noch Punkte drin? Nein. Nein. Ich weiß es nicht. Ja, ich kann aber sagen, dass da Punkt drin ist. Ach so. Aber mir sind hier zu wenig oder zu viele Leute. Nein. Wo ist mein... Meine Harpune ist weg. Warte, hab ich jetzt nen Punkt gekriegt? Wie kriegt er ich an? Lass da packen. Oh, wach mit davon. Guten Tag, G-Jex. Hallo. Äh. Gesundheit. Gesundheit. Oh nein. Oh nein. Das war eine schlechte Idee. Oh nein. Wie kriegst du? Ah! Josh? Hey. Oh nein. Oh nein. Ich hab's geahnt. Oh Gott. Das ist doch schwer. Das ist was Erienkiller, aber ich konnte nix machen, weil zwei Trader mich direkt gekillt haben. Josh, was hab ich dir gesagt? Ich fand das mit dem Schwanz aber auch richtig scheiße. Er hat mich festgesetzt und dann sofort geschossen. Das ist bescheuert. Ich kam halt gar nicht weg. Und das ist doch nur bei Absprache möglich, dachte ich. Das macht keinen Spaß so. Leute, Kyraider kid. Ja? Josh, lass sagen. Also, ich finde schon, dass das etwas Prophezeiung war von mir, oder? Das war doch schon eigentlich. Also, ich hab jetzt der neue Dostradabus. Ich werde der Erste sein, der stirbt, wenn ich Serienkiller bin instant. Okay, das hab ich schon. Und das ist genau. Das ist passiert. Ich war als Serienkiller. Ah. Aber du bist nicht instant gestorben. Und zwei Trader gehen auf mich. Ähm. Ja, das ist nackt. Das ist halt so. Man kann halt auch Pech haben als Serienkiller, wenn man gleich am Anfang getötet wird. Ja, das ist wahr. Magnus! Als Serienkiller ist halt wirklich, du musst trotzdem dich raus. Du musst halt echt. Egal. Ich such Yoshi. Nein. Oder du bist echt gut als Serienkiller. Dann kannst du auch direkt alle von Anfang an töten. Yoshi, ich werde dir die Waffe geben. Was für ne Waffe? Die Waffe? Die Waffe? Eine. Eine oder keine. Oder magst du die nicht? Nein. Ich hab krass. Bitte wirst du auch in Serien machen. Ja, ich hasse die mittlerweile alle. Hilfe! Raus! Geh mal in diesen Raum rein. Links hier. Guten Tag, Schiri. Guten Tag, Dailo. Ich wollte eigentlich nur die Tür zu machen. Get away from me. Ähm. Gerade nicht. Nee, mir ist nicht. Ich kann auch die weg. Warte. Ich hab sie weggenommen. Oh. Oh. Ich glaub das tat weh, oder? Ähm. Äh. Okay. Wer war das gerade? Dani war das? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat geschossen. Ich hab das geschossen. Nee, 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 nee. Nein. Hier. Das ist meine Waffe, die ich hab. Wer wollte mich gerade killen? Ich weiß nicht. Ich hab nur gesehen, dass jemand von ihr vorne geschossen hat. Litten Helfer sei Dank. Ich hab die. Ich hab die. Weißt du, wer da drin liegt? Da drin liegt, was? Ja, da drin. Schau einfach. Warte, ich nehm sie weg. Ja, okay. Wie kommt man aus dem Keller raus? Äh. Find. Und wie? Es ist der Heim. Oh, die rad. Scheiße. Ich kann, ich kann endlich meine Aggression haben. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was hast du eigentlich gerade in der Hand? Bro. Das ist eine Dual Eretta. Wieso? Wöge, geh weg, wöge, geh weg, geh weg, geh weg. Wöge, geh weg, geh weg, geh weg. Ich schieb da in der Scheißmasche. Ja, aber in deiner anderen Hand ist ein Finger. Oh. Ja. Gefühlig ist das gut. Es ist ein Aumel. Nice. Ich kann die Leiche nicht konfirm, die hier liegt. Dann ist das, äh, ein Dead Ringer. Oh, stimmt. Vergessen. Hi, hi. Gibt's. Was bist du? Nix und... Was hast du? Was? Ah. Ah, hier ist der Heim. Hey, 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 hey. Ich hab nicht geschossen. Ich wurde angeschossen. Ja, GG wurde wirklich angeschossen. Ja, ich hab mich angeschossen und... Auf mich gezielt und sonst was. Mein Versteck. I just found freedom. Freedom! 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 Letzter Schuss. Freedom! Habe ich durch die Tür! Freedom for the world. Nehmen wir hier weg. Es ist alles so... Hier sind Leichen. Leichen? 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 Meier! Weil Leichen oder Leichen... Oh, was? Surgi, warum bist du im Shop, oder was? Was? Nein! Nein! Ich hasse es! Nein! Wie geht's dir, Syrina, hä? Ja? Aber nicht so gut, ne? Oh, ist ja... Ist ja bisschen doof für dich, ne? Kasse dich. Oh! Du strich nicht ein. Verdient. Wie geht's dir schon wieder? Mittlerweile gut! Mann! Du gestorben bist! Da denkt man einmal für den Moment... Ja, man kann endlich... Ja, man hat endlich... Man hat ja einen Job. Mal reinschauen, was es so geht. Kiri? Hm? Nein! Lässt dir viel zu viel zeigen. Genau, ja, das war ich! Ich spiegel perfekt auf dich. Du gehst einen Schritt weiter, während ich abkomme. Wer? Aha! Ich wusste, dass Yoshi der Böse ist. Es ist immer Yoshi. Ich dachte mir, du stehst gerade so schön still. Und genau in dem Moment bewegst du dich weiter. Dum dum dum. Ja. Ah, damit geht das auch. Oh boy, I guess. Ah, komm. Magnus, das tut mir leid. Ja, das war ein bisschen sad. Das war ein bisschen sad. Vor allem, dass keiner... Vor allem, dass niemand meine zweite Leiche gefunden hat. Ich hatte eine Fake-Leiche und dann hatte ich nur meine Leiche. Eine lag oben an der Leiter, die andere unten. Das sah schön aus. Dang. Und nicht, und nicht, weil es das... Oh, schön. Danke, Sam, für die Waffe. Da hab ich so lange drauf finden gearbeitet. Wird sie wieder... Autsch! Nein! Ich hab die beste Waffe, die es gibt. Welche? Der war der Sniper. Ach so. What the? Ui! Ui, shit! Chelya, der habe mir eben das geschafft. philosopher Hammer. Jürgen, der hat gerade versucht nicht zu ACAS Sni purchased. Wist du produzieren? Zu ACAS Siz beholden? Was?! Eric? Das war' Sicilian. Das ist doch geil. Ich hab' nichts gesehen. Der mistake. Sepp, hier, Laune! Sepp, ich hab' dich gerecht auch wenn du nicht tot bist. Oder bist du tot? Nein, ich bin nicht tot. Noch leb'ig. Wer muss tot sein? Wer ist tot? Oh! Alter! Diese kleinen Menschen! Ah, Molly macht wieder Fritten oder machen soll ich nicht? Ja klar, das war sowieso. Ja klar, das war sowieso. Hallo! Ich bin da, wie geht's euch so? Ich hoffe euch geht's allen gut so weit. Kann man bitte jemanden Sepp töten, oder? Oder muss ich das jetzt... Muss man das jetzt die ganze Zeit ertragen? Guck mal Sepp, hallo! Hey Sepp, hier oben! Sepp, hallo! Guck mal, hier ist eine Schildkröte, was holt sie dir? Ähm... Hi, hi! Oh mein Gott! Nee, das ist mir jetzt egal. Nee, ich bin weg! Ich hab... What the fuck? Was ist da los? Ich hab einen Skid gekillt! Ich bin jetzt auch noch schnell! Ich hab Trader gekillt! Du hast Trader gekillt! Ich wollte ja eigentlich die Schildkröte runterhalten. Goddammit! Ach komm her! Die kann doch nicht zum Inventar gehören! Die ist doch nicht... Ist die festgekillt? Halleluja! Ähm... Okay... Ich hab gedacht, wer ist zum Trude ge... Erstmal nimm ich das mit. Das sind Punkte. Es ist auf einmal so ruhig. Ähm... Er ist abgetötet. Ist okay. Oh nein! Ach, das ist ein Witz. Und der nächste. Schiri! Hey! Alles gut Schiri! Ich bin ja auch alleine! Nein! Schiri lebt noch! Ne, die möchte ich nicht. Oh, den könnte ich kaufen. Jetzt hab ich aber nicht mehr genug Punkte dafür. Das ist aber doof. Und dann kaufe ich das hier. Jetzt wird nicht mein Dach, ich bin die Treppe runtergefallen. Du hast rumgeschossen. Ich hab NICHT rumgeschossen. Du hast vor meinen Augen jemanden geschossen. Nein, ich habe nicht... Auf Markus und mich wurde auf jeden Fall geschossen. Oder auf Sepp und mich. Ja, aber es war ein Tee, mein Tee-Kollege. Letzte Runde auf dem Mac. Und ich hab ja schon versprochen, dass ich ihn als letztes töte. Wenn es mich getötet warst, ich hatte nicht... Ich hätte mich nicht früher töten können. Ja, ich hab's gesehen, dass das Ball war. Nein, das war Frigo. Der hat mich nicht gehalten. Ja, du kamst halt von da oben. Jemand musste halt in den Raum in der Mitte sein. Ich bin von oben gekommen. Ich hatte nicht mal die Waffe dafür. Ich hatte eine Schott gehabt. Schiri da, bleibst du kurz. Warte, Schiri, wo bist du? Was? Achso, bist du? Ist okay. Mach dein Ding. Ich hab auch ein Déjà-vu, denn ich bin exakt der gleiche. Warte, warte, warte. Nicht schon wieder. Ich mach ein anderes Ding. Ich bin angepinkelt. Na du, geht's dir so. Schon lange nicht mehr. Oh. I can't see. Irgendwie läuft das Geld. Ja, sie wurde angepisst. Ja, ich bin angepinkelt. Warum machst du sowas? Nein. Er hat sich bepisst vor Lachen, weil wir so lustig sind. Alles klar, hallo Vögi. Hallo Magnus. Hallo Vögi. Oh, hier liegt ne Leiche. Oh, wo, 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 wo? Einfach auf der Toilette. Der will. Wie ist das eigentlich, wenn der Kronleuchter da draufkommt? Ist das eine Hand oder? Kann mir jemand helfen? Meinen die Kronleuchter eigentlich automatisch? Ne, ne, das ist eine T-Falle. Wie viele Leute sind ja... Also, ich glaube also, dass die mit den Doppel-Os vorne und hinten... Ich glaube, er hat den gerade droppen lassen. Ice. Ähm... Dalo! Dalo! Au, 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 au! Reisblächen? Nein, warum? Reißbällchen! Reißbällchen! Na! Du hast den Reißbällchen! Nein, nein, ich fahre an den Reißbällchen! Deino! Deino hat Reißbällchen geschossen! Ja! Ja, das ist Frigo! Ja, das ist Frigo! Also, wer ist... wer ist Frigo? Reißbällchen! Reißbällchen! Nicht mehr Reißbällchen, sondern Reißbällchen! Was? Nein, ich hab nichts gemacht! Hier liegt einfach ein Mindshuttle in der Ecke! Nein, das sind normale teilweise! Ab Deino! Ja, was? Ja, du hast mich auch angeschossen! Geht! So! Ja! Gibst du noch Kicksteen? Gehen! Oh Gott! Essen! Damit! Kann ich spielen? So! Warte, 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 warte! Also, es gibt rein theoretisch noch zwei Tees! Ja, Deino war auf jeden Fall Tee! Und, äh, Deville ist nur Fake gleich! No! Nur nur Fake gleich, okay! Aber, äh... Aber ich glaub, da ist grad jemand gestorben! Wenn man gut so sagen darf! Oh, Deathlinger! Ja! Ja! Ich kann den nicht confirm! Ja, dann scheinbar ja! Hätte den schlechten Hellissen gemacht hier unten! Ah! Schiri! Ja! Hi! Jemand hat Reißbällchen auf mich geschossen! Die haben zu schießen, deswegen hab ich auf sie geschossen! Oder sowas! Die guten großen Reißbällchen! Dann ist er auch tot! Da liegt was bei der Treppe! Dann ist die Leiter runtergefahren! Ich sehe mich hin! Wer war das? Deville! Deville! Ich hab Deville! Deville hatte wieder gelebt! Deville war die ganze Zeit! Uuuu! Nein! Deville war doch gut! Das war ein Fake-Leiche! Oh! Oh! Okay! Magnus! Du Verräter! Wo sind denn jetzt noch Leute? Was wird's denn? Magnus, du bist also Spy! Ist das gut? Nein! Ich bin doch kein Spy! Das ist wichtig für mich, weil ich gut bin! Ich bin doch der einzig lebende Gute! Das glaub ich dir noch nicht so ganz! Aber Würgi lebt übrigens auch noch! Nein! Das tue ich gar nicht! Denn Würgi ist ganz böse! Okay! Let's go! Egal von wo aus du gehst! Würgi ist immer böse! KFC! KFC! Ja, da kommt ein KFC-Bucket raus! Das ist ernsthaft! Wo ist das andere Hühnchen? Das heilt um 35 Lebenspunkte! Das ist wichtig für mich! Die Information ist wichtig für mich, Leute! Da! Shira ist mein Hühnchen! Boah, sie richtig tötet dich! Hast du jetzt mich eingeschossen? Das ist doch ein Witz! Auf geht, Hühnchen! Jetzt hab ich sie aber da mal rausgeschossen! Na bitte! Shit! Das ist eine Frechheit! Nein! Ja, Frechheit irgendwie! Nein! Nein! Du wachst! Hallo Shiri! So! Achso, wir sind ja nur noch wir drei! Und meinst du bist dabei? Okay! Ja! Ich hab meinen Teil über! Ähm! Schiri da über! Ja! Schiri! Schiri war Serienkiller! Oh, wie selbst! Ah, nein! Aber ich war auch irgendwann sidekick, ich weiß gar nicht mehr was ich war! Schiri ist über, über Heylisten gefallen! Ernsthaft! Das ist auch immer gelaufen und umgekickt! Ich ernsthaft! Doch! Das war noch... Das war noch... Dann hast du Shiri getötet! Am Ende! Nice! War das also Teamkill? Warst du nicht Jekyll? Ich war Jekyll! Das war schon Teamkill! Ich bedanke mich auf jeden Fall! Bis Zuschauer dieser Folge! Schaut bei den anderen vorbei! Und... Bis zum nächsten Mal! Tschau, tschau! Ich würde mich selber reporten! Tschüss! Tschau! Auf Wiedersehen! Tschau! Aus der Rhein, Brian! Tschau! Vielen Dank.